Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Brother Part 57 von Mioff 94. Im letzten Part haben wir uns gedacht, hey, das Schwert brauchen wir doch gar nicht. Ich glaube, das reicht zur Zusammenfassung. Und jetzt müssen wir hier den Architekten verprügeln. Was wollt ihr? Mal wieder. Wo sind die Pläne für diese Waffe? Auf einem Tisch am anderen Ende der Festung. Und das Gerät selbst? Ich bin nicht sicher. Doch ihr braucht mindestens drei Männer. Dann kommt mit mir. Nein, wir... Wir haben drei Söldner gefangen. Sie sind gegenüber von den Plänen einer Zelle. Die helfen euch. Willen. Und jetzt waren es halt die Wachen, die um die Ecke stehen. Pass auf. So, und jetzt müssen wir unentdeckt da hinten hinkommen. Ihr, Halt! Nein. Du hast nicht bitte gesagt. Ihr werdet anhalten. Nein, du hast immer noch nicht bitte gesagt. So, und schon sind wir da. Ging ja einigermaßen leicht. Hinterkopf juckt. So, die Söldner befreien. Ich versuche mir gerade nur irgendwie die Zeit zu vertreiben. Deswegen mache ich das hier gerade im Takt. Ey! Nein, 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 nein. Runter. Boah! Nein! Fuck! So knapp. Ich hätte da nur noch untergemusst und hätte der den Pisser nicht auf Go-Mensch geschafft. Jetzt sind wir wieder hier in die gleiche Stelle. Guck mal. Ja! Ha! Kannst gar nichts. Oh shit. Könntest du hier sein, Freundchen? Nein. So. Zumindest jetzt nicht mehr. Ha! Nu. So, und B-Druck zum Internieren. Schießmaschine. Folgt uns. Sie halten den Weg geheim, aber wir haben den Eingang entdeckt. Gute Jungs. Äh, ja, weiter. Die, den Söldnern folgen. Ja, dann nehmen wir mal unser, unsere schöne Brust. Jetzt nehmen wir unsere schönen Rauchbomben. Oh, ho. Einfach nur X-Spam. Falls der jetzt mal was machen würde. Mach doch. So. Mega. So. Zah, zah. Wirf doch die scheiß Messer. Och, komm. Messerkampf. Mann. Ich wollte ihn wegtreten. Ja. So, geht doch. Pisser. Zack, Kehle auf. Auch wenn er das jetzt mit der stumpfen Seite gemacht hat. Macht er aber eigentlich immer. Müsste man drauf achten. Er macht das mit der stumpfen Seite. Das Kehle aufschneiden. Dings. So, weiter mit euch. Jetzt. So, nochmal Rauchbombe. Ja, Zweier gekriegt direkt. Das ist doch gut. Komm, hauch. Hau ihn weg. Geht doch. Boxy mit dem Magen und er ist tot. So. Passt. Ja, toll. Schöner Eingang. Das ist eine Armee. Sein Heer ist dabei, einen Überraschungsangriff auf Sizilien vorzubereiten. Okay. Wir werden sie aufhalten. Können wir das schaffen? Nein. Jetzt kriegt er die Tür nicht auf. Oh. Mission gescheitert. Ezio ist zu schwach. Wir müssen dieses Tor öffnen. Ich finde einen Weg. Genau. Ezio braucht ein Schwert, um diese Tür zu öffnen. Da ist eine Kiste. Einmal umdrehen. Nochmal nach oben gucken. Nichts da. Okay, weiter. War da eine Kiste? Oh. Ich werde schon paranoid. Ich will Kisten. Warte. Ne, es war kein Durchgang. Schade. Schade. Warum gucke ich denn immer? Hier ist doch eh nix. Huch. Yay. Und wir dürfen wieder zurück. Ich wusste, dass das passiert. Dabei habe ich mir da oben gerade noch gedacht. Hm. Ist da jetzt das Ding? Ja. Ich glaube schon. Springste einfach mal. Weil ich das auf der anderen Seite nicht gesehen habe. Drecksding. Ich hätte ihn jetzt so gehasst, wäre der jetzt nochmal daneben gesprungen oder so. Und jetzt hier die Tür aufmachen. Und jetzt schnell die Kiste holen. Oder habe ich Zeit? Ich mache es einfach mal schnell. So, geschafft. Kiste ist mir. Hebel finden, um das Tor für die Söldner zu öffnen. Okay, ich habe also Zeit. Geschmeidig wie eine Katze. Ich weiß ja nicht. Sind Katzen wirklich geschmeidig? Also meine nicht. Die ist fett. Oh, jetzt habe ich mich gar nicht umgedreht. Siehst du? Und das hast du davon. Wenn du dich einmal nicht umdrehst, ne? Dann ist da unten was. Hm. Das ist das Gute. Aber jetzt habe ich für den letzten Part schon mal einen Titel. Ja, jetzt muss ich nur... Jetzt muss ich nur nachdenken, wie ich das Ding nenne. Auf jeden Fall irgendwas mit dem Schwert. Denn was anderes ist da ja nicht wirklich passiert. Ja, ne, gut. Das teuerste Wurfmesser ever. 28.000 und zack, weg ist es. Egal, weiter. Wir wollen uns ja jetzt nicht noch den Rest damit aufhalten. Bisschen schneller, schneller, schneller. Ach, doofes Gehangel. Da seid ihr ja endlich. Halt die Klappe. Passt bloß auf. Hm. Pass auf, jetzt rennen die da durch und dann mache ich extra nochmal das Tor runter, um die zu ärgern. Ich lasse die Brücke herab. Hm, ja. Erst unten gucken. Äh, scheint nichts zu sein. Gut. Hier ist auch nichts. So, weiter. Und, ja. Mir wurde mal gesagt, ich soll den... Also meine Videos sein, an sich zu leise. Wie findet ihr das mit dem Sound? Soll ich da noch irgendwie was dran drehen oder ist das so okay? Weil ich bin eigentlich recht zufrieden mit der, ähm, Lautstärke. Und, ja. Keine Ahnung, wie seht ihr das? Ach, das sind Zahnräder. Ich dachte, das wäre irgendwie mit Seilen. Dann hätte ich nämlich gefragt, warum er die nicht einfach so abschneiden hätte können oder durchschießen. Okay, ich glaube, das wäre nicht einfacher gewesen, weil man dafür ordentlich zielen müsste. So, und damit dürfen wir jetzt keinen Schaden nehmen. Ah, okay, so. Geh down. Penner. Noch höher. Boah, kann er so wenig schießen. Ah, ich bewege mich hier voll mit. Okay. Das war's mit dem. So, ich muss jetzt gucken. Da sind nämlich schon die nächsten. Fuck, ich hab' mir jetzt schon fast selber Schaden gemacht. Ah. Okay. Ich meine, wir sind ein Panther, natürlich campen wir dann. Ah, an der Seite. Okay. Einfach nur viel bewegen. Um den Dingern auszuweichen. Oh, das ist ein scheiß Drehding da unten. Okay. Ordentlich die Kisten zerstören, damit die uns nicht irgendwie in den Rücken fallen oder so. Ah. Nein, nein, los nicht. Fuck. Scheiße. Äh. Okay. Ich möchte das nämlich... Obwohl, warte mal. Ich kann ja nochmal gucken. Das hier ist momentan... Sequenz 4. Ähm. Oder? Ach, fuck. Ähm. Ähm. Scheiß drauf. Muss ich das halt irgendwann nochmal machen. Ach, umgeworfen. So, und jetzt einfach nur ne Rush-Taktik. So, links ist nichts, ne? Ja, das geht sogar recht gut. Muss ich mir für nächstes mal merken. Ah. Okay, das waren alle. Mehr können die mir eigentlich nicht tun. schon ein bisschen arm, so mit dem Panzer auf Leute zu schießen, ne? Komm, ich überfahr dich. Komm her. Das hat man halt nicht. Blödmann. So, was nun? Wenn unseres beschädigt werden kann, dann ihres auch. Oh, locker. Im Kreis fahren, nämlich. Nur noch ein paar Treffer. WTF ist doch voll einfach. Kann ich das eigentlich neu starten? Ich meine, jetzt gibt es eh einen Cut. Dann spiele ich einfach nochmal bis hier hin. Wir sehen uns dann, ne? Äh, ja. Bis gleich. Bis gleich.